Wir reformieren und modernisieren Sie am besten Ihr Badezimmer. In drei einfachen Schritten, direkt auf den Fliesen, am schnellsten, ökologischsten, ökonomischsten und originellsten. Dies geschieht mit dem Badrenovierungs-Set Easy Tadel-Act. Reinigen Sie zuerst die Oberflächen von Staub und Fett, um die ökologische Universalbasis direkt auf die Fliesen oder jede andere gewünschte Oberfläche aufzutragen. 24 Stunden trocknen lassen. Anschließend die Grundierung von Staub und überstehenden Spitzen reinigen, Befeuchten und Tadel-Act in zwei bis drei Schichten auftragen. Dies ist nicht sehr zeitaufwendig, da die Materialschichten nass in nass aufgetragen werden, sodass zwischen den Materialschichten nicht viel Trocknungszeit vergeht. Die letzte Schicht wird mit einer Kunststoffkelle geglättet und circa acht Stunden trocknen gelassen. Wir können jetzt die original marokkanische Seife auftragen, um den Tadel-Act wasserfest zu machen, und mit dem Stein das charakteristische Finish zu verleihen. Und das war's. So einfach kann es sein. Das Ergebnis ist ein ökologisches Finish, nahtlos, luxuriös, einzigartig, sehr hart und widerstandsfähig, mit mehreren gesunden Eigenschaften, und sehr pflegeleicht. Und das alles in kürzester Zeit, ohne größere Komplikationen oder Rückschläge. Dieses Kit wird mit leicht verständlichen, detaillierten Anweisungen geliefert. Besuchen Sie unseren Online-Shop www.jesetadelact.com und profitieren Sie von unseren fantastischen und unschlagbaren Angeboten.